Hallo und herzlich willkommen! Heute zeige ich euch alle meine Miniaturen, die ich 2023 gebastelt habe im Puppenhaus. Und los geht's schon hier in der Garderobe, im Eingangsbereich des Puppenhauses. Alles, was ihr hier seht, habe ich selbst gebastelt, außer den Hängelampen und den Lampen an der Wand. Ist wirklich alles von mir. Hier gibt es die Frühstückssituation in der Küche. Ich habe so viel Zeug gebastelt, dass ich gar nicht alles unterkriege. Wie das heißt, ich habe hier teilweise achtmal umdekorieren müssen. Jetzt gibt es gerade Gemüsesuppe in der Küche. Jetzt gibt es Waffeln. Und gleich ist große Verlobungsfeier oder Hochzeit. Für alle Möbel und Zubehör findet ihr übrigens die Bastelanleitungen in meinem Kanal. Ihr könnt also alles nachbasteln, was ihr hier seht. Jetzt werden Plätzchen und Kuchen gebacken. Hier werden schon die Geschenke für Weihnachten eingepackt. Und hier gab es Silvesterfondue. Jetzt kommen wir zur Wäschekammer mit der Waschmaschine. Oder auch für alle Putzsachen wird die Kammer benutzt. Jetzt kommen wir ins Wohnzimmer. Mit Grammophon und Kamin. Ohrensessel. Und Pflanzen im Erker nicht zu vergessen. Jetzt wird der Weihnachtsbaum geschmückt und der Knussknacker steht schon auf dem Kamin. Und jetzt sind die Weihnachtsgeschenke unterm Baum und die Krippe steht daneben. Hier sind wir im Arbeitszimmer. Auch mit Ohrensessel und Sekretär. Und alles mit 60er-Jahre-Möbeln, der Kamin. Und ein Kaktus darf auch nicht fehlen. Hier sind wir im ersten Schlafzimmer mit Schaukelstuhl und Omas Sofa. Und einem großen Kleiderschrank, den Herrendiener, den Nachttisch. Hier wurde schon umdekoriert. Hier ist jetzt eine Baustelle, wie man sieht. Und die Werkbank. Jetzt gibt es hier ein Labor. Und jetzt kommen wir zum Badezimmer. Da fehlt noch ziemlich viel, wie ihr seht. Ein Klo, eine Dusche und eine Badewanne habe ich noch gar nicht. Das muss ich noch basteln. Hier sind wir im Kinderzimmer mit Wickeltisch und Hochbett und Schaukelstuhl. Den ich Schaukelstuhl mit Wiege. Und Schaukelpferd. Jetzt sind wir im zweiten Schlafzimmer mit Klavier und Himmelbett. Und jetzt kommen wir ins Jugendzimmer. Alles mit 60er-Jahre-Möbeln und 70er. Und derjenige, der hier wohnt, scheint auch ein bisschen zu malen. Dann haben wir hier noch eine Schule aufgebaut. Wie zu Omas Zeiten mit Rechenschieber. Und jetzt kommen wir in den Außenbereich. Hier habe ich alle Sportsachen aufgebaut vom Tennisplatz mit Basketballkorb und Bogenschießen und Tischtennis und Trampolin. Alles da. Danach müssen wir uns ein bisschen entspannen bei Picknick in der Sonne mit Palme und Liegestuhl und Hängematte. Jetzt wird noch ein bisschen gegrillt draußen und Pizza gebacken. Bierchen darf natürlich auch nicht fehlen. Und eine Brezel. Und hier kommen wir zur Baustelle. Und alle Gartensachen und Angelsachen seht ihr hier. Naja, eine Mumie habe ich auch mal gebastelt und einen Sarg. Deswegen habe ich hier noch eine kleine Friedhofsszene aufgebaut. Und zum Schluss kommen noch die Sachen, die von der Größe nicht ganz gut, nicht so richtig dazu gepasst haben. Die habe ich jetzt hier alle nochmal aufgebaut. Die sind ein bisschen größer als alle anderen Sachen. Und das sah ein bisschen doof aus, wenn ich die dazu gestellt habe. Deswegen gibt es die hier nochmal extra. Und zum Schluss zeige ich euch nochmal alle Sachen, die in den Schnee gehören. Und sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, eure Steffi. Bis bald, eure Steffi. Bis bald, eure Steffi. Vielen Dank.